Darüber hinaus stärkt die Sonne ihre Augen. Wir wissen, dass wir niemals direkt in das Sonnenlicht schauen sollten. Allein dadurch, dass ich draußen bin, ultraviolette Strahlen der Sonne passieren neurochemische Bahnen, um verschiedene Teile ihres Gehirns zu treffen. Ihre Augen sind ein Teil ihres Gehirns. Stellen Sie sich vor, Sie müssten nach dem Aufwachen nicht nach Ihrer Brille suchen. Klingt es unmöglich? Laut Dr. Barbara O'Neill ist das möglicherweise nicht der Fall. Dr. Barbara O'Neill bietet einige unkonventionelle Möglichkeiten. Ihr Sehvermögen auf natürliche Weise wiederherzustellen. Was sind Sie? Lassen Sie uns über die Einsätze sprechen. Mehr als 2,2 Milliarden Menschen auf der Welt haben Sehprobleme. Darunter sind 12 Millionen Amerikaner über 40 Jahre. Unsere Kinder haben auch häufiger Augenprobleme, aufgrund der langen Zeit, die sie vor dem Bildschirm verbringen und des Mangels an Spielen im Freien. Hier ist der interessante Teil, Dr. O'Neill behauptet, dass das Tragen einer Brille könnte tatsächlich zu Schwachsichtigkeit führen und ihre Sehkraft mit der Zeit verschlechtern. Es klingt verrückt, nicht wahr? Dies widerspricht allem, was uns beigebracht wurde. Wenn Sie eine Brille tragen, werden Ihre Augen träge. Es klingt beängstigend, nicht wahr? Und hier kommt der Clou. Laut Dr. O'Neill, es gibt natürliche Methoden zur Verbesserung Ihrer Sehkraft. Sehen wir uns einige einfache Änderungen Ihres Lebensstils an, mit denen Sie Ihre Sehkraft verbessern können. Es geht nicht um eine schnelle Lösung. Es geht darum, die Verantwortung für Ihre Augengesundheit zu übernehmen. Was fällt Ihnen ein, wenn ich Augenübungen erwähne? Sie denken wahrscheinlich nicht an Trampolinspringen. Tust du? Hören Sie Barbaras Erklärung, wie Rebounding zur Verbesserung der Sehkraft beitragen kann. Rebounding ist gut für die Augen. Rebounding ist gut für die Augen, da es die Durchblutung im gesamten Körper steigert. Sie fragen sich vielleicht, wie ein Minitrampolin Ihre Sehkraft verbessern kann. Es liegt alles im Blutfluss. Beim Rebound wird die Durchblutung Ihrer Augen gesteigert. Diese gesteigerte Durchblutung kann das Augengewebe nähren und möglicherweise die Augenmuskulatur stärken. Dr. Barbara O'Neill ist eine Naturheilkundlerin. Anwalt, der vorschlägt, diese Übung noch einen Schritt weiter zu führen. Sie schlägt vor, sich beim Rebounding auf weit entfernte Gegenstände zu konzentrieren. Sie profitieren von einer gesteigerten Durchblutung und einem Training der Augenmuskulatur. Dr. O'Neill sagt, ich konzentriere mich auf den äußeren Rahmen und die Pflanzen. Ich achte auch auf die Sprünge, die in meinem peripheren Sichtfelder scheinen. Nach 10 Sekunden ändere ich meinen Fokus. Dieser ständige Wechsel des Fokus ist entscheidend für die Stärkung der Augenmuskulatur. Können Sie erkennen, dass Sie, wenn Sie alle 10 Sekunden Ihren Fokus ändern, die Augenmuskulatur wird gestärkt? Der Zusammenhang zwischen Rebounding und Augengesundheit und eine erhöhte Durchblutung beruht auf einem Prinzip, dass das Augengewebe nähren und Entzündungen reduzieren kann. Obwohl noch mehr Forschung nötig ist, um diese Vorteile vollständig zu verstehen, Dr. O'Neill und viele andere schwören auf diese Technik. Sie wissen vielleicht nicht, dass Rebounding eine großartige Möglichkeit ist, Ihre Sehkraft zu verbessern. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Ihre Speisekammer der Schlüssel zu besserer Sehkraft sein könnte? Einige Alltagsgegenstände können Ihre besten Verbündeten sein, wenn Sie versuchen, Ihre Sehkraft zu verbessern. Rizinusöl haben Sie möglicherweise bereits in Ihrer Hausapotheke. Sie denken wahrscheinlich, Rizinusöl ist gut für die Augen? Wirklich? Hört mir zu! Dr. Barbara O'Neill sagt, dass ein Tropfen Rizinusöl auf, die Augenlider aufgetragen kann, helfen, den grauen Starr aufzulösen. Das Öl soll durch die Wimpern dringen und in das Auge, wo es unnatürliche Bildungen wie den grauen Starr behandeln kann. Rizinusöl kann zur Beseitigung des grauen Starrs verwendet werden. Streichen Sie einfach einen Tropfen über Ihr Augenlid. Rizinusöl dringt durch Ihre Wimpern und dann in das Augenlid sowie in das Auge ein. Rizinusöl dringt tiefer ein als jedes andere Öl und löst Katarakte überall dort auf, wo es ins Auge gelangt. Bevor Sie etwas Neues ausprobieren, konsultieren Sie immer Ihren Augenarzt. Es ist wichtig, Ihre Augen zu schützen. Kommen wir nun vom Medikamentenschrank zur Küche. Wussten Sie, dass die richtige Ernährung Ihr Risiko für Augenprobleme senken kann, um bis zu 30 Prozent? Ihre Ernährung ist ein wichtiger Faktor für die Erhaltung einer gesunden Sehkraft. Was sollte man sich dann auf den Teller legen? Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl werden von Dr. O'Neill als Superfood für die Augen betrachtet. Diese Grüns sind vollgepackt mit Lutein, Ceaxantin und anderen Antioxidantien, die Ihre Augen vor schädlichen Lichtwellen schützen. Der regelmäßige Verzehr dieses Grüngemüses kann das Risiko eines grünen Stars um 20-30 Prozent senken. Wenn Sie Fisch lieben, haben Sie Glück. Lachs, Makrele und Sardinen sind fette Fische und gut für die Augen. Der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren kann das Risiko einer Makuladegeneration innerhalb von 12 Jahren um 30 Prozent senken. Reden wir über Beeren. Barbara isst gerne Heidelbeeren und Goji-Beeren, weil sie voller Antioxidantien sind, die Katarakte verhindern können und altersbedingte Makuladegeneration. Bei Menschen, die viel Obst essen, ist die Wahrscheinlichkeit, diese Augenerkrankungen zu entwickeln, um 36 Prozent geringer. Das ist ein tolles Angebot, wenn Sie mich fragen. Vergessen Sie Nüsse und Samen nicht. Mandeln, Chiasamen und Zink sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und Zink. Diese Nährstoffe sind für den Schutz Ihres Sehvermögens und die Erhaltung einer guten Sehkraft von entscheidender Bedeutung. Ballaststoffe, Proteine und Fette sind die drei wichtigsten Nahrungsmittelgruppen. Die besten Fette zum Verzehr sind Nüsse, Samen, Kokosnussöl und Olivenöl. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie soll ich diese Lebensmittel essen? Dr. O'Neill's einfacher Rat besteht darin, diese Lebensmittel in bunte Salate zu integrieren. Stellen Sie sich einen grünen Salat mit Beeren, Nüssen und Samen vor. Es ist nicht nur köstlich, sondern fördert auch die Gesundheit Ihrer Augen. Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist, dass Dr. O'Neill sagt, dass eine Ernährung mit hohem Säuregehalt, einschließlich übermäßigem Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln, kann dazu führen, dass der Körper Calciumphosphat freisetzt. Dies könnte zu einem Katarakt führen. Es ist wichtig, Ihrer täglichen Ernährung nicht nur gesunde Lebensmittel hinzuzufügen, sondern auch ungesunde zu reduzieren. Wir haben bereits die Vorteile der natürlichen Augenpflege besprochen, aber diese Geschichte hat noch viel mehr zu bieten. Was wäre, wenn ich sagen würde, dass das Geheimnis besserer Sehkraft nicht in einer Pille liegt oder in einer Praxis, sondern in Ihrem täglichen Leben? Wir werden uns einige Änderungen Ihres Lebensstils ansehen, die Ihre Sehkraft verbessern können. Beginnen wir mit dem Schlaf. Sie werden überrascht sein, zu erfahren, dass sieben bis acht Stunden Schlaf kann Ihr Risiko, an einem Glaukom zu erkranken, verringern. Es stimmt. Ein bisschen Schlaf verbessert nicht nur Ihre Stimmung, sondern auch Ihre Augen. Laut einer InSleep veröffentlichten Studie. Menschen, die sieben bis neun Stunden pro Nacht schlafen, haben gesündere Augen und erkranken seltener an Glaukom als diejenigen, die dies nicht tun. Wenn Sie das nächste Mal der Versuchung erliegen, lange draußen zu bleiben, denken Sie daran, dass Ihre Augen es Ihnen danken werden. Hier wird es ein wenig kontrovers. Dr. Barbara O'Neill empfiehlt, kurze Aufenthalte in der Sonne während der Stunden mit wenig Sonne. Die Idee ist, dass die Zirbeldrüse stimuliert und Melatonin produziert wird. Um es klar zu sagen, wir sprechen hierüber sehr spezifische Sicherheitspraktiken. Versuchen Sie dies nicht ohne die richtige Anleitung. O'Neill schlägt vor, die Augenlider zuschließen und für einige Augenblicke der Sonne zuzuwenden. Dadurch kann Licht durchdringen. Sie sagt, Ihre Augen sind die Art und Weise, wie Ihr Gehirn das Sonnenlicht empfängt. Das ist eine interessante Idee, aber die Sicherheit geht immer vor.